Was ist die Person Daniel Parch? Die Person Daniel Parch ist eine Person, die mir bisher so noch nicht in meinem Leben begegnet ist. Er lebt das, was er tut, lebt er und ist ein ganz großer Motivator. Mein Name ist Petra Janke, ich bin 53 Jahre alt und bin durch eine Empfehlung meiner Schwester, Dr. Britta Fellwut, zu diesem Seminar gekommen. Sie meinte, für dich ist das genau das Richtige, ich bin im früheren Leben Lehrerin gewesen. Und sie sagte, bei deiner Affinität zu Kindern kannst du mit diesem oder durch dieses Seminar Erwachsenen und Kindern hervorragend bei ihrer Lebensgestaltung behilflich sein. Also ich bin gerade von einer Traumreise zurück und diese Traumreise hat mir die höchstmöglichste Form an Entspannung gegeben. Das hat mir sehr gut getan und ich denke immer, wenn man es selber an sich erfahren hat, dann kann man es auch sehr gut an andere weitergeben. Diese Methode gefällt mir ausgesprochen gut. Mein Gefühl, wenn ich hierher komme, ist sofort positiv. Egal was vorher passiert ist, ich komme mit einem ganz positiven Grundgefühl hierher und freue mich jeden Tag darauf, die Stunden verfliegen, dass man gar nicht merkt, dass man hier bis nachmittags um 17 Uhr sitzt. Und es ist anders wie bei anderen Seminaren, wo man etwas beigebracht bekommt, die Zeit verfliegt einfach noch. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.